Dieser Mann weiß, wie es ist, wenn man vor 80.000 Menschen Fußball spielt. Er weiß aber auch, dass man bei einer Buchlesung mit nicht mal 80 Besuchern etwas bieten muss. Ein Langweiler war Lutz Lindemann nie. Die ist eine Katastrophe, die Sonne ist immer gegen mich. Die war schon früher. Wenn ich schlecht gespielt habe, war immer Sonne. Wenn ich den Meier noch mal treffe, wenn er mich kritisiert hat oder irgendeiner, es war immer Sonne oder Wind. Typisch Lindemann. Der Optimist aus Leidenschaft hat zusammen mit Frank Willmann, Journalist und bekennender Carl Zeiss Jena-Fan, sein Leben aufgeschrieben. In Halberstadt aufgewachsen dreht sich alles um den Fußball. Er kommt zum 1. FC Magdeburg, wird Kapitän der DDR-Junioren-Auswahl, doch der Traum ist früh zu Ende. Die netten Dinge des Lebens, die kamen dazu, die waren ja einfach zu erlernen. Wie mache ich mir eine Zigarette an? Das war ja einfach. Oder wie trinke ich das Bier in zwei Schluck aus oder in drei. Das hast du ja Leute, die machen dir das vor. Nicht jeden Tag, aber das waren so Dinge, die du dann annehmen. Das war ein Riesenfehler. Dass er es Jahre später doch noch schafft, hat er vor allem Monika zu verdanken, seit fast 50 Jahren Frau Lindemann. Über den Umweg Motor Nordhausen West und Rot-Weiß Erfurt wird der Mittelfeldspieler nach Jena geholt und gibt mit 28 sein Debüt in der Nationalmannschaft. Ich habe eine ganze Menge verpasst. Ich sage aber so, ich habe eine ganze Menge erreicht. Aus dem Spieler wird der Trainer, der an der Seitenlinie noch immer so wie früher auf dem Platz agiert. Irgendwann ist er Sportdirektor, arbeitet fast ohne Pause. Heute ist er als TV-Experte tätig, in diesem Jahr wird er 70. Ich kann also jetzt nicht garantieren, dass ich morgen oder nächste Woche den Schlafanzug anziehe, ziehe die Hose bis hier hoch und warte auf Mittagessen und 17.30 Uhr Abendbrot und 19 Uhr Sandmann und schlafen. Habe ich nicht vor. Das glaubt man ihm aufs Wort. Lindemann ist und bleibt in Sachen Fußball ein unruhiger Geist.